Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir haben ja letzte Woche die Reihe angefangen, in der wir ganz analytisch eigentlich durchgehen, warum diese Franchise und vor allem Call of Duty, Modern Warfare 2 und Warzone 2 und DMZ und Raid, Zarga und wie es alles heißt, so hart gefloppt ist. Und jetzt haben wir ja gestern Season 3 Update gehabt und ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, dass eigentlich wie immer, und das macht mich halt so sauer, so viele Creator irgendwie euch als Zuschauer eigentlich einen vorgelogen haben und genau wussten, dass das, was mit diesem Update kommt, schon wieder absoluter Bullshit ist und dass da schon wieder so viel gelabert wird und so viel gelogen wird und es ist einfach so, dass, vor allem die deutsche Warzone Bubble und da könnt ihr euch jetzt eure eigenen Namen draufschreiben, es sind einfach so, für mich sind es, keine Ahnung, es sind fünf verschiedene Köpfe, die im Arsch des anderen hängen. Jeder ist darauf bedacht, dass er von diesem Stück Twitch, YouTube, Stream, Warzone-Kuchen das größte Stück abbekommt. Der, der es am erfolgreichsten macht, wird von allen seit Monaten, Jahren nachgemacht und im Prinzip werden auch alle angelogen und sie wissen auch ganz genau, dass das Produkt Call of Duty einfach scheiße ist. Sie sagen es halt einfach nur nicht offen, weil, wenn du es offen sagst, verlierst du Zuschauer. Es ist besser, dann zu sagen, oh, ist jetzt nicht so geil, aber nächstes Season wird besser, so, dass ihr bei der Stange gehalten werdet und dieses Update hat es 1 zu 1 bewiesen und wenn ihr euch die Kommentare anguckt von den ganzen amerikanischen YouTubern, die jetzt auch nicht irgendwie die reinsten Seelen sind oder so und euch das Video von Jovo anguckt, was ich euch empfehle, der ein absoluter COD-Fanboy ist, so wie ich das eigentlich auch mal war, ich bin es eigentlich nicht mehr, dann muss man sich da wirklich reinziehen, dass der sich entschuldigt hat, dass er im Vorfeld des Updates, der war genauso wie viele deutsche Creator bei einem dieser Calls mit Activision, bei denen angeblich wieder ganz viel Geiles versprochen wurde und die Leute haben es wieder alle gehypt und gesagt, boah, krass, Movement Change, Time to Kill Change, Bundles, oh, voll geil, nur um angeblich jetzt erst zu realisieren, dass das alles wieder gelogen ist und mit dem Update im Prinzip keine Änderungen kamen, die das Game irgendwie retten könnten oder verbessern können und das Allerschlimmste an der ganzen Sache ist, dass letzten Endes ja nur eine Erklärung noch bleibt oder eigentlich zwei Erklärungen. Die Leute, diese Creator, die bei diesem Calls, und das sind auch Deutsche, die auch andauernd irgendwelche Mauspads geschenkt bekommen und zum COD-Next-Event eingeladen worden sind und mein Gott, ey, wenn ihr euch diese Videos anguckt von Pipipip und Co., wie sie euch darüber erzählen, wie krass das Event war von Activision und wie geil Warzone 2 war und dann nennen sie euch irgendwelche positiven Dinge, wo man da sitzt und denkt, sag mal, hast du den Schuss noch gehört? Auf jeden Fall hat er sich dafür entschuldigt, dass er irgendwie positiv über das Update vorher gesprochen hat und sagt, mir sind Dinge versprochen worden seitens Activision und den Entwicklern, die mit dem Update einfach nicht eingehalten worden sind. Und er hat halt den Mummen gehabt und hat sich da hingesetzt und gesagt, ja, Leute, ich weiß, das ist alles schwierig und ich weiß, das ist alles scheiße, aber es tut mir leid, ich habe euch da in die Irre geführt. Und da muss man ein bisschen Respekt vorhaben, weil das ist wenigstens ehrlich und aufrichtig. Tatsache ist aber, dieses Update ist sowas von grottenschlecht. Es ist wirklich einfach wieder und das geht nicht in meinen Kopf hinein, wie es sein kann, dass so simple Dinge einfach nicht funktionieren in einem Multimillionen-Dollar-Unternehmen, in einem Game, wo man auf Alarmstufe Rot eigentlich läuft, weil die Spielerzahlen so scheiße sind, dass man gar nicht normal weitermachen kann. Und Activision hat jetzt auch nicht normal weitergemacht. Es gibt jetzt nageneue Pay-to-Win-Bundles für DMZ, was absolut, absolut genau das ist, was man von diesem verbrecherischen Unternehmen erwarten kann. Sie haben es, glaube ich, aufgegeben, Spieler zurückzuholen oder zu motivieren, MW2 Warzone 2 zu kaufen. Das heißt, die Spieler, die noch da sind und in Anführungsstrichen, nehmt es mir nicht über, wenn ihr es noch spielt, von mir aus, verblendet genug sind, da Spaß dran zu haben. Ich verblende es, ich nehme es zurück, aber wer es halt noch spielt, warum auch immer, dass die Leute noch heftig ausgenommen werden, damit man zumindest da aus den kleinen Kühen, die noch da sind, die letzte Milch rausholen kann. Es gibt dieses 30-Euro-Bundle jetzt mit Content, der eigentlich ins richtige Game gehört. Ihr könnt diesen Premium-Battlepass allerdings auch nicht mit COD-Points kaufen, sondern nur mit 30 Euro Echtgeld. Das heißt, da gibt es auch keine Rabattierung oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Und der normale Battlepass stinkt einfach auch wieder komplett ab. Und selbst der für 30 ist scheiße, aber er ist halt besser als der für 10. Warum man sich die Dreistigkeit wirklich erlaubt, bei dem schlechten Status, den die Games haben, alle, die da zusammengehören, Warzone 2, Modern Warfare 2, ihr kennt die, sowas rauszubringen, ist ohne Worte für mich. Und das Geilste ist, dass einfach keiner darüber spricht, so, ja Leute, es ist Betrug, es ist nichts anderes. Und jetzt gibt es halt auch noch Pay-to-Win-Bundles. In DMZ ist ja eigentlich eine Art Softcore-Ableger von Escape from Tarkov. In Escape from Tarkov, wenn ihr da eine Runde verliert, verliert ihr Gier im Wert von einer Million Rubel und wertvolle Items und sonst was. Und es ist echt brutal und ein übles Gefühl. Wenn ihr ein DMZ verliert, dann verliert ihr halt nichts, weil es ist wie so ein Spielplatzmodus von Tarkov. Aber letzten Endes ist es so, dass ihr natürlich einen großen Vorteil habt, wenn ihr eine Drohne habt oder einen großen Rucksack oder sonst was. Und es gibt jetzt neue Bundles, die ihr kaufen könnt, auch für Geld natürlich, die euch gewisse, naja, Möglichkeiten bieten, bevor ihr in DMZ überhaupt eine Runde startet. Es gibt ein Bundle, mit dem eure versicherte Waffe auf 15 Minuten Timer reduziert ist. Das heißt, selbst wenn ihr sterbt in einer Runde mit eurer versicherten Waffe, kriegt ihr sie halt nach den 15 Minuten dann einfach schon früher wieder. Es gibt ein neues Bundle, was jetzt geleakt ist, was die nächsten zwei, drei Wochen rauskommt. Dann startet ihr mit einer Drohne. Das heißt, ihr könnt in dem Moment, wo ihr in DMZ startet, instant eine Drohne drücken und wisst genau, wer auf welcher Karte welchen Spawnpunkt ist und könnt die Hälfte der Lobby schon wipen, weil ihr einfach von Anfang an wisst, wer wo ist. Das ist unbegreiflich für mich, dass solche Bundles schon wieder rauskommen. Es gibt neue Bundles, wo ihr mit ihr mehr Platten am Anfang habt. Das sind alles Pay-to-Win-Bundles, das ist nichts anderes. Und ob man das jetzt ernst nimmt oder nicht, das ist genau das. Und irgendwie fühlt sich Warzone Deutschland nicht dazu bereit, offen und ehrlich darüber zu sprechen, dass das Betrug ist und dass das Verarsche ist und dass man wirklich nichts anderes tun darf, als das zu kritisieren und es zu boykottieren. Und ich verstehe es, dass viele von denen, die jetzt hauptsächlich Warzone-Streamer sind und damit ihr gesamten Lebensunterhalt verdienen, halt zum Großteil ja nichts anderes gelernt haben oder irgendwelche für sich scheiß Jobs hatten und ihr Studium abgebrochen haben dafür. Aber man kann trotzdem erwarten, bei dem Geld, was alle mit Twitch und YouTube verdienen, durch euch, durch Subs, durch Donations und sonst was und den Support, dass man dann wenigstens ehrlich seine Meinung sagt und nicht den letzten Cent noch versucht, aus den Leuten auszudrücken, denen falsche Hoffnungen macht und so eine Scheiße, wie wir sie haben, einfach akzeptiert. Und ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, dann immer so offen und ehrlich zu sein, wie ich das bin, aber ich kritisiere es halt und ich werde es auch so lange machen, bis irgendwer die Franchise ausgestorben ist oder irgendwann die Complaints und die Beschwerden der Leute gehört werden. Und ihr alle habt damit, dass ihr COD halt zum Großteil gequittet habt einfach, und ich ja auch, euren Teil dazu beigetragen. Nur wir haben halt auch große Creator, also wirklich große, die erreichen nicht 5.000 Aufrufe, sondern, keine Ahnung, 500.000 Aufrufe oder 50.000 Aufrufe. Da kann man halt schon erwarten, dass die ehrlich und offen sind und sagen, dieses Update ist scheiße. Wir haben Pay-to-Win-Bundles, wir haben diesen fucking betrügerischen Pay-to-Win-Battle-Pass für 30 Euro. Die Ping-Anzeige ist jetzt bei einer Millisekunde, was unmöglich ist. Eine Millisekunde ist im Prinzip Ladenverbindung von Rechner zu Rechner in einem Raum. Die Ping-Anzeige ist jetzt einfach, ja keine Ahnung, vielleicht wieder verpackt oder so geändert worden, dass sie besser aussieht, obwohl man in den Runden immer noch merkt, dass die Server dieselben sind, weil eine Millisekunde Ping habt ihr in keinem Game dieser Welt, außer ihr spielt lahm gegen euren Kumpel, der einen Meter neben euch sitzt. Und selbst dann ist es wahrscheinlich wie nach Kabellänge höher als eine Millisekunde. Da sind zwei Karten jetzt im Multiplayer rausgekommen. Für den Multiplayer zahlt ihr immer noch 60 oder 70 Euro. Das eine ist eine Nachtsichtkarte, die absolut schlecht ist einfach, weil diese Nachtsicht in COD, nach der keiner gefragt hat, nicht gut ist. Und die andere hat die schlechtesten Spawn-Punkte der Welt. Und Rank-Modus wurde neu reingebracht und nach drei Minuten wieder rausgenommen, weil da irgendein Problem mit dem Übergang von Season 2 zu Season 3 war. Scheint es auch wieder nicht getestet worden zu sein. Das ist so normal mittlerweile. Es wird einfach nicht getestet. Es wird kodiert von irgendwelchen Programmierern, die von COD keine Ahnung haben. Und es wird dann rausgehauen. Und dann wartet man halt auf das Feedback der Leute, die spielen. Und das heißt, ihr als Spieler werdet als Spieletester eigentlich missbraucht. Das ist nicht eure Aufgabe. Ihr werdet dafür nicht bezahlt. Activision zahlt aber auch keinen Leuten mehr Geld dafür, dass sie die Spiele testen. Weshalb das, was wir kriegen, ein derartig schlechtes Produkt ist, dass es Betrug ist einfach. Und sie wissen das, aber es interessiert sie halt nicht, weil sie irgendwie immer mit einem blauen Auge davon kommen. Und das ist alles auch nicht mehr aus Versehen, sondern es ist einfach Kalkül und Absicht. Und sobald man auch, oder solange man so Lemminge hat, wie in der deutschen Warzone-Bubble und anderen Ländern, kommt man damit auch durch. Dann haben wir jetzt demnächst ein 1,2 Millionen Dollar Warzone-Turnier. Das Problem ist, man kann immer noch keine privaten Runden zum Testen starten. Das heißt, die Teams, die da miteinander eigentlich und gegeneinander antreten, versuchen verzweifelt seit Wochen private Warzone-Games zu starten, um miteinander und gegeneinander trainieren zu können. Es geht aber nicht, weil die Entwickler nicht in der Lage sind, die privaten Games irgendwie zu fixen. Es kommt jetzt in zwei, drei Wochen Warzone-Rank-Modus raus und das Game ist so hart verkackt, dass keiner weiß, wie das funktionieren soll. Und ich finde es einfach so enttäuschend, dass einfach, also Deutschland auf jeden Fall, keiner den Mut hat, darüber offen zu sprechen. Da wird irgendwie alles dann weiter gehypt und verschönigt und dann kommt die nächste 18 Milliarden Games-Win-Challenge und ich finde es echt enttäuschend. Und ich bin auch Creator, ich mache auch Videos, ich verdiene weniger Geld damit als andere, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich muss zumindest ehrlich sein. Und ich habe COD gequittet vor vielen Wochen, weil ich habe es nicht mehr ertragen. Und viele haben gesagt, wieso kritisiere ich es und spiele es währenddessen und da war halt schon was dran. Ich habe immer auch die Hoffnung gehabt, dass es besser wird, aber in irgendeinem Punkt habe ich festgestellt, da wird nichts besser. Es ist einfach dumpfig und habe mich auf ein anderes Game konzentriert und mache darüber Content. Und trotzdem werde ich dieses Thema COD halt im Auge fassen und behalten, weil es halt eine Franchise ist, die ich eigentlich sehr geliebt habe und immer noch die Hoffnung habe, dass sie irgendwann mal wieder ähnlich sein kann, ähnlich gut sein kann, wie sie war. Aber Tatsache ist jetzt, sie ist es nicht. Und deswegen hoffe ich, dass ihr die Augen aufmacht und euch genau überlegt, ob ihr diesen 30-Euro-Bettepass kaufen wollt und ob ihr bereit seid, das weiter zu unterstützen. Denn solange ihr spielt, kauft, unterstützt, wird sich halt nichts ändern. Lasst mir eure Meinung wissen, Leute. Ich bin raus.